Ok Hat es Bumm gemacht, ja Zurück Ganz flott zurück Müsse ich jetzt reiten? Der Schneesturm hat die Festung fast erreicht Nicht anhalten, Merigold gibt uns Deckung Das habe ich mir fast gedacht, so die Deckung ist aber irgendwie aus der Stadt Imlewitt wohl kaum Ah ja ja, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, los, 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 ab in die Festung Schließt die Tore, schließt die Tore Große Abteilung nähert sich aus dem Wald Wir müssen das Tor schließen, bevor sie reinkommen Los und zu Ach der Ich würde es gerne zumachen, aber es ist gerade irgendwie schwierig Jetzt muss ich irgendwie mal hier hoch Mach das verdammte Tor zu Ich bin dabei, ich bin dabei, ich bin dabei, lass mich hier durch, lass mich durch Ich habe hier gerade was zu tun, Entschuldigung, Entschuldigung, ich muss mal kurz durch Ich muss mal hier durch Ach nein Hm Lambert, spiel nicht den Helden Geh zu Lambert, sofort Sofort Okay, jetzt muss ich mal kurz Ah ja, komm her, mein Freund Das ist jetzt mal uncool Ach ja, da war ja was, äh, da Weg hier, wow Wo ich gerade dabei war Tanzen wir Gab's hier nicht noch Tränke? Irgendwo Lambert Lambert Verdammt Bleib bei uns Wir müssen uns zurückziehen Jenefas Kraft lässt nach Was? Zurück? Wohin denn? Achso, okay, ihr noch vor, ich komme mit Alles gut, guter Plan Wir müssen uns zurückziehen Jenefas Kraft lässt nach Nicht gut, nicht gut, nicht gut Schnell, 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 schnell durch Achtung Okay Da kommen sie nicht mehr durch Ach ja, das wissen wir doch schon mit dem Zurück gehen, durch das Tor in den Hof Verflucht Keine Sekunde zu früh Keine Sekunde zu früh Zurück auf deine Position Zurück auf deine Position Viele Größe von Soldern, ihr Fachklage Freundliche Größe von Soldern, okay Zurück ziehen Durch das Tor in den Hof Obse Durch das Tor in den Hof Durch das Tor in den Hof Durchgang zum Haupthof überprüfen Okay, 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 ich bin ja schon da, ich bin ja schon da Wo ist Esken? Wo ist Esken? Verdammt! Er sollte doch das Tor öffnen! Das hat er noch nicht getan, also Ja, kommt klar Wir müssen uns jetzt um Triss kümmern Okay Dann mal weiter Das gefällt mir alles nicht Oh Triss Komm zu mir Wo wir gerade dabei sind Okay Wow Schnell da, weg Ach, diese Verfluchten Hunde gehen wir langsam auf den Keks Ja, wer ist denn Aber wer ist der? Wichtig Ich merke schon, die Hunde sind nicht meine Freunde Okay, alles in gut Alles in Ordnung Ja, danke Das sah nicht gut aus Wir mussten uns zurückziehen Sie haben versucht durchs Haupttor reinzukommen Ich fürchte, das nächste Mal könnten sie es schaffen Was ist mit Eske? Wir müssen den Rückzug antreten Er ist in Schwierigkeiten Ich geh ihm helfen Denk an den Stein, den ich dir gegeben habe Na dann Eske? Na, wo stehst du? Ungünstig Sehr ungünstig Sehr ungünstig Ein Einzelner gegen viele Na, allein Ei, 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 ei Ei, ei, ei Jetzt wird es aber lustig hier Au Das gibt Klaren Rippenbruch Unfair Neue Eie, ei, ei Noch Tag Siehst du? Ich kann das auch um nicht gut jetzt gibt es Probleme würde ich sagen nicht gut ob zwar zwei auf einmal du hättest den burgfried auf deinem hintern sitzen bleiben sollen ausgemacht wer hätte dann sein gerettet ich hoffe das war jetzt nicht meine wir müssen ihnen das tor aufmachen wir müssen das tor machen das tor aufmachen und wie mache ich das Tor der Mundschalter ein Schalter ein Schalter Eskel hat das Tor aufgemacht wir können uns dahinter zurückziehen Rückzug du sollst doch nicht hier draußen sein zu spät jetzt sie kommen durch die Lücken rein die Meritium Bomben in den Kisten bei den Mauern sind noch mehr das ist gut gut zu wissen aber welche Lücken Geralt halt sie auf ich muss einen Vitalitätskreis formen welchen wir müssen die Portale schließen sonst sind wir tot nicht gut nicht gut nicht gut nicht gut nicht gut nicht gut Jan ich Auf den Mauern gab es noch mehr. War richtig, ne? Und wo? Das war jetzt noch unnötiger. Ohnehin schon. Okay. Nicht gut. Ach, jetzt kann ich das auf einmal machen. Das ist ja schön. Jetzt, wo ich eh schon fast tot bin. Nicht gut. Nicht gut. Und cool. Tot. Versuchen wir es mal weiter. Wow. Insofern mal eine gute Nachricht, dass wir hier zum... Das Irren ist zwar das falsche Zeichen, aber zumindest... was traurig ist eigentlich, dass die komischen... ...kommischen Krieger sind gar nicht so schlimm. Die sind zwar tierisch nervig, aber... Nichts im Vergleich zu diesen... ...undlaublichen Hunden. was wäre das Leben hier nicht schön. Wow. Opsa. Ei, ei, ei. Okay. Oh, das sind meine Fallen. Das ist ja auch gut. Die Mauer hat sie aufgehalten. Na komm her. Quintzeichen und... Ja, das ist schon mal gut. Nicht gut. Okay, so, jetzt wird es langsam auch anstrengend. So, jetzt komm und... Das habe ich mir fast gedacht. Sie kommen durchs Haupttor in den Hof. Schon unterwegs. Der Bastard will durchbrechen und reinkommen. Gut. Dann soll er das mal tun. Es ist nur ärgerlich, dass ich keine Tränke mehr habe. Das ist das einzig Schlimme an der ganzen Nummer. Okay. Okay. Nicht gut. Hallo. Okay. Wo ist er? Wir müssen... Dres Mal entkommst du mir nicht. Was? Nicht weh sie mir! Imlerid! Los, lauf! Sie kann dich nicht im Stich lassen. Ihr Menschen seid einfach so unpraktisch veranlagt. Ziri, nein! Tu's nicht! Ich verbiete es dir! Na dann. Du warst schon als Kind so widerspenstig. Was mochte ich an dir? Flieh jetzt! Nein! 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 Tja! Boas! Nein! Nein! Untertitelung des ZDF, 2020 Was auch immer das ist Was auch immer das ist Was auch immer das ist